Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Overwatch. Bei mir versagen mal wieder die Headsets, wieder halt nur bei Overwatch, weil aus irgendeinem Grund wird das nicht geladen, da es die Headsets akzeptiert werden muss, ich noch mal in den Einstellungen gucken, aber das mache ich heute nicht, also jetzt nicht in der Aufnahme, sondern ich öffne erstmal die Loot Chests, die ich aufgrund von Rang 2 bekommen habe, weil ich Rang 2 geworden bin. Mal sehen, mhm, Spielerikon, Spielerikon, mir gefällt der eigentlich ganz gut, ich mache es momentan noch, Spray. Okay. Okay, bei ihr ist der Spruch ganz gut, passt zu ihr. Und ja, dann, jetzt erstmal, Arcade. Ähm, naja, was nehmen wir da jetzt gerade? Das habe ich bis jetzt noch nie gewonnen, war aber eigentlich immer relativ geil. Was würde ich mal sagen? Deathmatch. Ein Deathmatch ist einfach so nice, finde ich. Ist nur mal die Frage, wen man da nimmt. Ich nehme da gerne Junkrit. Weil ich finde, da kann man die Gegner irgendwie so ein bisschen mobben. Ja, erst mal kurz laden. Ja. Ja. Ja, verdammt. Das ging jetzt etwas schief. Es scheint zu laggen. Ja, erst... Hallo? Okay, ich muss nicht laufen, das wird von alleine gemacht bei mir. Okay, was? Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt besseres Glück habe. Oh, und da dachte ich gerade eben, es läuft besser. Also flüssiger. Als ob der mich gemacht hat. Junge, vor allem, wenn es leckt, ist es einfach so blöd. Man sieht es ja. Hä? Junge, was war das? Was? Hä? Wie ist denn er da so schnell reingekommen? Naja, zumindest habe ich schon mal zwei Kills. Ein Anfang. Dafür, dass es die ganze Zeit hier gerade laggt. Ja, verdammt. Das lief jetzt gerade nicht allzu gut. Dann müsst ihr euch schon mehr ins Zeug legen. Junge! Hallo? Warum leckt das momentan so bei mir? Ja, man sieht's. Die Stunde hat geschlagen. Oh. Und jetzt ist das eine goes, die ganze Zeit da links. Was? Oh. 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 Was? So. Oh. Das ist ja nicht ganz cool. Oh. Ja, ne? Sonst haben wir's gewohlt. Hallo? Ich werfe andauern diese verdammte Blendgranate. Ansauernd mache ich die Rolle. Andauern schieße ich. Aber es passiert einfach nichts. Junge! Ah! Ich bin eben! Man sieht's! Es passiert einfach nichts! Ja gut, ich stelle mir das Futter hin. Wir haben noch ne Rechnung auf. Match abgeschlossen. Hm. Ihr wollt mich aber alle verarschen. Und die sehen das so, als würde bei mir alles sauber laufen. Ja. Ach Gott. Guck mal. Echt jetzt? Na gut. Mal sehen, ob's jetzt besser läuft. Und ich spiele am besten irgendjemand, der Sniper ist. Ja, sag mal Riddermaker. Ja, sag mal Riddermaker. Okay, nicht mal das Ding wird geladen. Auaah. Echt jetzt? Okay. Leichte Bewegungsverzerrung. Wo bin ich denn jetzt? Ich rücke einfach immer noch auf Ziel. Ich rücke die ganze Zeit auf Ziel. Jetzt rücke ich nicht mehr auf Ziel. Ich habe nicht mehr meine Hand an, ja. Mann, warte! Was soll das? Was? Jedes Spiel läuft. Bis auf Overwatch. Aber ich glaube, dass es was mit Battle.net bei mir zu tun hat. Was ist das? 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 Danke für die total gute Reaktionszeit. Ich drücke nicht mal drauf, Hunger. Ja, ja, ich wurde eliminiert. Bin aber... Ich zähle, glaube, gerade nur als Zielscheibe. Da ist bei mir so verdrückt. Vor allem, wenn in deren Sicht fällt, lag hier nichts. Toll. Okay, das war, wie es aussieht, eine sehr kurze Folge. Und hier kann man es nochmal sehen. Wenn ich OBS bei anderen Spielen mache, also eine Spielaufnahme mache, dann geht das alles ganz normal. Dann würde man OBS hier gerade gar nicht sehen. Aber so muss ich Spielaufnahme machen, weil, genau hinschauen. Ich mache jetzt mal kurz raus. Entfernen. Ja. Jetzt ist nur noch die Spielaufnahme drin und man kann nichts sehen. Ja, ihr seht da gerade nur schwarz. Also Bildschirmaufnahme wieder hinzufügen. Nur so könnt ihr was sehen. Wenn es um Overwatch geht. Dann ist das hier noch so ein bisschen... Ja, dann muss ich das hier noch einstellen. Wegen dem Spiel. Wie das dann Größe ist und all sowas. Es nervt einfach nur mit Overwatch. Es laggt. Und alles. Und ich sag jetzt einfach mal... Ich guck mal gegen KI, wie das jetzt gerade so ist. Es kann ja nicht sein, dass jetzt endlich die Lags vorbei sind. Einmal kurz gucken, ob es jetzt endlich klappt. Ich spiele als Genji. Okay, das sieht nicht so gut aus. Ach Gott, was soll ich noch von mir halten? Das ist spiel. Das mit Korinem. Vor allem ab zu erwarten sustained. Munition, da unten in der Ecke. Hm? Ja, so abbrechen. Das ist dann wie es aussieht eine etwas kurze Folge aufgrund von Lags. Ich hab auch... Event... jetzt das letzte Mal... Nope. Nein? Ihr seht das nicht an? Das ist so blöd mit dem OBS, mit dem hier. Und ich kann es auch noch mal zeigen, dass das an Battle.net liegt. Weil ich hatte es auch schon bemerkt, dass Battle.net sau schlecht geworden ist. Ja, Overwatch. Du bist momentan kacke. Weil auch bei Destiny. Hier. Fast voll. Es gibt kein einziges Update und es muss trotzdem noch kurz drauf warten. Hier oben muss es laden. Und initialisiere. Ich habe 10 Stunden gewartet. Also ich war in der Zeit in der Schule. Aber es waren 10 Stunden. Es stand, als ich zuhause war, immer da initialisiere. Nichts hat sich von diesem Scheißding verändert. Nichts. Und bei Overwatch war es dann eine Zeitlang so, dass es halt herunterladen bei 0BS da stand. Das war dann, also Update bei 0BS. Das war schon blöd. Ja, so sieht es momentan halt bei mir aus. Alles andere geht. Bis auf das. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das von der heutigen Folge Overwatch. Ciao. Leute. grecke oder vor bei